TING DER DITAL 2 Die Welt im Strom 2007 Weltfinanzkrise 2020 Corona-Pandemain Seit 24. Februar 2022 Ukraine-Konflikt Man kann ob der Herausforderungen und Krisen resignieren oder aber die sich seit Jahrtausendbeginn andeutende Konversion von Krisen als Chancen sehen. Wir sehen die immer in kürzeren Abständen aufeinanderfolgenden Krisen als Möglichkeit, fundamentale Veränderungen herbeizuführen. Die Alternative in An- und Abführungszeichen Enzyklika des TINGS im Frühling 2022 lautet daher In Tempestate Facultas Mutationes Auf Deutsch Im Sturme besteht die Möglichkeit zur Veränderung. Jetzt kommen die obligatorischen Seelfragen Langweilig wann und wo geboren 29. August 1983 Weiden in der Oberpfalz In Weiden Ein dunkler Tau für das System Ja, 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 ja Da gibt es doch auch so einen erfolglosen Reichengefein, ne? Ja, der mittlerweile geht Wie geht es denn da noch? Ja, die laufen dann schon wieder weiter Oh, ja, also, ja Vielleicht wird es ja noch interessant Ne, mal schauen Aber geht erst im Oktober wieder weiter Wir haben ja bei seinem ersten Auftritt beim TING schon mal thematisiert Dass es sozusagen einer der Pioniere auf digitalem Sektor war Wie kam der damals auf die Idee zu FSN? Da wird das nochmal kurz vor die damals nicht anwesenden inhalieren Die Frage ist, was ist FSN? Ob man da das Radio oder das... Also euren digitalen Kanal Euren Kanal Den Videobereich Den Videobereich Den Videobereich Da sind wir in der Endeffekt aufgenommen Und wir uns Gaming-Streams angeschaut haben Und haben uns gedacht Hier sowas gibt es Aus unserer coolen Nazi-Ecke, nicht? Das müssen wir eigentlich auch irgendwie hinkriegen Dass wir irgendwie ein Webcam abstellen Und uns mal eine Stunde ausquatzen über die Zustände Und so dass ich jeder mal ein Bild machen kann Wie wir ohne Spiegel-TV-Untermalung In Wirklichkeit drauf sind Das war so die Grundidee Und nach dem mal ein halbes Jahr Das der Ding geht Ging es dann irgendwann technisch Ja neulich kam sogar mal ein Von das Video Wo dann nochmal der Gast zu sehen war Echt? Ja 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 Wo ist der zweiklassiger Gast? Ja 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 Gut Ja jetzt einfach mal so Also Natürlich kommt jetzt die Scheiße Welches Buch hat sich am meisten politisch beeinflusst? Da ich mich immer noch an ein Buch erinnern kann Und das beantworte ich Ihnen heute damit Das war der Krieg der viele Fälle heute Weil da habe ich so ein bisschen Hörger sie Oder Da ja Ich hab's gemacht Dich Wie wir vielleicht Ahnung Das war auch Ja, vielleicht. Jetzt kommt dann die gleiche Kackfrage. Wie würdest du deine politische Einstellung beschreiben? Die beschreibe ich immer mit völlig normal. Weil alles, am Tag, lade ich den politischen Gegner oder jeden Interessenten schon mal damit ein, sich ihm, egal ob es völkisch oder rechts oder nationalistisch ist, ab dem Moment, wo ich irgendein Vokabel, wie man so schön auf Deutsch sagt, droppe, kann sich schon ein Bild des Gegners oder des Interessenten bilden, was der schon mal irgendwo von irgendwas gehört hat. Aber wenn ich sage, ich bin ganz normal, dann kann er sich überhaupt nichts darunter vorstellen. Und dann ist er gezwungen zu fragen, ja, was ist denn ganz normal? Und ab dann bin ich in der Deutung so weit und kann nicht mal erzählen, was ganz normal ist. Heißt quasi, heteros, oh, schwul. Deshalb ist immer, wenn ich politisch oder meiner persönlichen Einstellung gefragt werde, es kommt immer die Antwort normal. Das ist waffnend einfach. Vielleicht werde ich das sogar adaptieren. Das zählt übrigens schon zu meiner Rede zu werden, weil ich hab nichts. Warum denkst du den Sozialismus? Nicht radikal ab. Das ist ja schon ein bisschen kreativ gewesen bei deiner Frau und Gestaltung. Also ich hab nur Papiere bei einem Vater an einem Männerhaben. Ja, das ist ja nicht nur an einem Männerhaben so. Sie sind etwas redundant, mein Fragestiel. Aber es ist wichtig. Grundsätzlich gehen die Staatsformen oder Wirtschaftsformen nie komplett ab, weil die ja immer im Rahmen des Zeitgeistes zu sehen sind. Aber momentan ist halt Demokratie vor nicht 200 Jahren und ich hab mir gedacht, es ist eine gute Idee, wenn man König oder Monarchie hat. Das gleiche gilt von der ganzen Wirtschaftsgeschichte. Da will ich ganz einfach auch zu wenig planen. Vielleicht gibt es. Und das beantworte ich genauso in der nächsten NS-Heute so. Vielleicht gibt es in 20 Jahren wegen einer, wie sagt man so schön, künstlicher Intelligenz, die uns in irgendeinem Wirtschaftssystem zusammenrechnet, das dann viel besser ist als der ganze andere Scheiß, den wir bisher hatten. Von dem her, man kann sich nicht hinstellen, aus meiner Sicht zumindest, ich lehne jetzt das komplett ab. Einfach nur, weil es in der Vergangenheit mal geschafft ist, oder irgendwas, keiner weiß, was in Füchzunderheit übrigens. Keiner weiß, was in 50 Jahren ist. Von dem her, egal was Staats- oder Wirtschaftsformen betrifft, da sollen sich die Leute damit befassen, die da mehr da planen oder vernahmen als ich. Und wenn die glauben, dass dieses oder jenes Scheiß ist, dann ist das okay. Ich kann mich nicht hinstellen, dass irgendwas sofort an die Karte oblegen. Zumindest nicht in dem Bereich. Das wäre ein bisschen gefährlicher. Findest du vegane Wurstfleischkärz oder lecker? Das würde ich jetzt gerne beantworten. Ich kann mich immer nicht erinnern, dass ich schon mal an vegane Wurst gese. Also was ich mich aber erinnere, ich habe neulich mal, das darf aber jetzt hier keiner weitererzählen, wo ich mal wieder beim Burger King geholfen habe, da habe ich zum ersten Mal mit einem Kollegen einen halben plant-based Long-Chicken gegessen. Der Udi, der Udi, der erschlägt dich, wenn du nun weiter anglitzigst bist. Das wäre sonst nichts. Aber den habe ich probiert und das ging eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob das da drunter fällt. Wieso sagst du eigentlich was für fickte Scheiße? Ja, nein. Ich bin da nicht so radikal. Nein, das ist gut. Glaubst du an Gott? Kürzeste Antwort heute, bist du bereit? Nein, nein. War ja noch eine Frage. Wann hast du jetzt zumal einen Anzug? Also, ja, so. Feines, feines. Wie hast du jetzt zumal einen Anzug? Boah. Also auf ein paar NPD-Parteitagen sicher? Vor zehn Jahren. Na ja, ja, da haben wir es noch ernst genommen. Das lassen wir dann mal hin. Es gibt schon vor ein paar Jahren bei einer Hochzeit. Hast du denn eine Hochzeit-Taufe? Oder der Taufe? Oder kann man mal ein? Nein, du meinst, nehmen wir mich nicht mehr ein. Aber wenn man mich dann an der zieht, der Anzug. Also, ich muss mich zu meinem Stande gestellen. Er hat einen Anzug. Einen Trainingsanzug. Also, wie soll ich ganz in Balance sein? Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich eine gute Antwort gewesen. Aber nee, aber tatsächlich schon ein bisschen. Wie kannst du die Welt ohne notorischen Alkoholkonsum überhaupt noch ertragen? Wie es Frank Rennig schon gesagt hat, mit Humor. Das ist die zweite Möglichkeit. Mit der Freude. Mit der Freude. Weil Alkoholkonsum Lennig schon seit Ewigkeiten aber so ist das normaler Bier. Du besäufst dich nur, bevor du deine Vorträge hältst. Das ist ja der Besarfe. Das ist ja nur Entstimmung. Besarfe. Damit mir irgendwas einfällt, das ist Horizont-Erweiterung. Aber die endet ja auch mit dem dritten Bier bei den meisten. Da geht es ja dann eher in die gegnerische Richtung. Das ist wirklich bei der reinen Bewusstseinserweiterung. Das ist Bewusstseinserweiterung. Aber zum Verbrauchen hast du ja nix hier gehabt, dass er von mir ins Bier geht. Wie kannst du mich, meinen Zynismus und meine notorische Nazi-Hetze überhaupt ertragen? Ich sag mal, ich hab eine breit abgesteckte Toleranzgrenze und dann geht das schon. Da musst du eigentlich offen bleiben. Das ist ja auch mein Motto. Ich hoffe, dass ich irgendwann genauso tolerant sein werde wie du. Waren wir schon zehn Fragen? Ja, ja, aber scheiß durch. Also scheiße, ja. Also ich wünsche euch viel Spaß mit Patrick Schrömer. Wir lassen uns nicht vertreiben. Wir werden in Deutschland Sieger sein.